Habt ihr auch keinen Bock mehr auf dieselbe alte Stulle? Diese hier ist schon richtig grau und alt und von ekliger Gestalt. Dann hab ich was für euch. Microgreens. Der neue heiße Scheiß aus den Staaten direkt auf eure Stulle und in euren Magen. Und natürlich auch ein ganz toller Marketing-Gag für jung geerntete Kräuter oder Sprossen. Klingt halt nicht so hip. Man muss sich ja irgendwie an die junge Zielgruppe ranwanzen, ne? Ihr müsst nur diese Packung aufmachen, den Lappen, also das Pet anfeuchten, den Samen verteilen und nur 8 Tage warten. Ja, normalerweise sind es ja nur ein Monat. Dann könnt ihr eure super regionalen Kräuter ernten. Oh, so weich und flauschig. Also noch schnell eine Stulle geschmiert, Salz, Pfeffer und den Rasen geschnitten, fertig. Echt lecker und richtig, richtig hip. Grüße aus Berlin, danke, ciao.